«Finanzdance», der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit Andrin Willi. Und der sagt «Hallo» zur 44. Episode. Auch wieder mit dabei, Admir Iseni. Herzlich willkommen. Du leitest den Sektor Privat- und Geschäftskunden bei der AKB und bist quasi ein Eigenheim-Expert bei uns. Gehen wir davon aus, ich habe mein persönlicher Traumhaus gefunden. Wie läuft das alles ab beim Neukauf? Mit der Finanzierung rückt der Traum der eigenen vier Wände in greifbare Nähe. Wir haben in der letzten Episode miteinander besprochen. Schritt 1 ist für mich die fundierte Budgetplanung. Idealerweise hast du den Finanzierungsrahmen bereits vorab, festgelegt und die notwendigen Unterlagen sind ebenfalls bei deinem persönlichen Kundenberater. Sobald du das Traumobjekt gefunden hast, muss es in der Regel schnell gehen. Gute Objekte sind nämlich sehr gefragt. Nach der Besichtigung und sobald wir alle Objektunterlagen haben, wird die Finanzierung berechnet und miteinander erarbeitet. Meistens braucht es zu dem Zeitpunkt einen Finanzierungsnachweis, wo du als Kaufinteressent der Eigentümer schaffst und musst zustellen. Da möchte der Eigentümer eine Sicherheit haben, dass man nicht nur kaufen will, sondern eben auch kaufen kann. In der Regel folgt dann der Zuschlag seitens der Eigentümer schafft und der Reservationsvertrag wird unterschrieben und die Reservationssumme wird fällig. Mit der Reservation wird die Kauf- und Verkaufsabsicht in der Regel mit einem Vertrag festgehalten. Sobald der unterschrieben wird, erfolgt ein Auftrag an der Notar, zwecks Erstellung vom Kaufvertrag. Sobald der Entwurf vorliegt, können wir die Finanzierung finalisieren und die Kreditverträge werden erstellt. Sobald du die Kreditverträge zu Hause hast und die Eigenmittel da sind, erstellen wir das unwideröffliche Zahlungsversprechen. Mit dem unwideröfflichen Zahlungsversprechen kann der Notar-Termin wahrgenommen werden und der Hauskauf wird unterschrieben. Nach der Unterzeichnung sowie der Anmeldung im Grundbuchamt bist du der rechtsmässige Eigentümer. Herzlichen Glückwunsch! Vielleicht war das alles aber auch schnell und unübersichtlich. Keine Angst, genau dafür sind wir hier bei der AKB. Von der ersten Idee vom Hauskauf bis zum Einzug begleiten wir dich als kompetenter Partner eng durch jede einzelne Phase. Juhu! Da waren jetzt aber trotzdem zwei, drei Fachbegriffe dabei, die wir nicht so geläufig waren. Sagt schnell, was ist das Zahlungsversprechen und was ist der Unterschied zum Finanzierungsnachweis? Der Finanzierungsnachweis ist unverbindlich. Der braucht es in der Regel ganz früh im Kaufprozess, damit die Verkaufschaft weiss, mit welchem Kaufinteressent sie weiterarbeiten möchten. Insbesondere möchte man verhindern, dass jemand im Kaufprozess einsteigt, ohne die Finanzierung geklärt zu haben. Wichtig! In diesem Stadium fehlen oftmals wichtige Unterlagen, wie zum Beispiel auch der Kaufvertragsentwurf. Und das ist der Grund, weshalb man keinen verbindlichen Finanzierungsnachweis erstellen kann. Das unwiderrufliche Zahlungsversprechen ist ein wichtiges Dokument, welches in der Regel vor dem Notartermin vorliegen muss. Wie es der Name schon sagt, mit dem unwiderruflichen Zahlungsversprechen garantieren und verpflichten wir uns als Bank, dass die vereinbarte Summe für den Liegenschaftenkauf am vertraglich festgeleiteten Tag unwiderruflich überwiesen wird. Umgekehrt kann man sagen, dass der Verkäufer mit dem unwiderruflichen Zahlungsversprechen die Sicherheit in den Händen hat, dass er am vereinbarten Tag eher auch sein Geld bekommt. Wichtig ist es, bevor das Zahlungsversprechen erstellt werden kann, müssen die Eigenmittel im Haus sein, sowie die unterschriebenen Kreditverträge. Danke fürs Präzisieren. Der Notartermin scheint sehr, sehr relevant zu sein. Was ist die Aufkunft von einem Notar eigentlich in dem ganzen Finanzierungsprozess? Beim Eigenheimkauf gibt es mehrere involvierte Parteien. Der Käufer, der Verkäufer, die Bank, allenfalls professionelle Immobilienmakler, welcher Verkäufer die Eigentümerschaft vertritt, und aber auch den Notar. Die Notar haben eine sehr wichtige Aufgabe, denn sie beurkunden den öffentlichen Kaufvertrag, was einem Gesetz so vorgeschrieben ist. Ausserdem sind Notar zuständig, dass der Käufer im Grundbuch eingetragen wird und eine rechtsmässige Eigentumsübertragung durchzuführen. Wichtig ist es, dass Notar eine neutrale Beratungsrolle einnimmt. Sprich, sie vertreten weder die Verkäuferschaft, noch nur den Käufer. Das ist auch ein Mitgrund, wieso die Notar-Kösten oftmals in der Praxis hälftig zwischen beiden Parteien aufteilt werden. Merkt ihr, egal auf welcher Seite du auf dem Tisch hockst, die Notar ist für dich da und unterstützt dich bei den Fragen und Unsicherheiten. Merci, Admir Iseni, für deine Infos zum Ablauf beim Kaufprozess. Nächste Woche machen wir weiter im Thema, dann werden wir über die wohl- oder übelnötigen Eigenmittel reden. Daranbleiben, am besten den Podcast abonnieren. Wir zwei, wir verabschieden uns an dieser Stelle und freuen uns auf nächste Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.